und hat hier einen Stuhl, eine Schaufenster, Puppe und Diverses verarbeitet. Jetzt trägt den Titel Gefangen. Diese Arbeit möchte auf die grenzwertige Wirkung von Elternwünschen aufmerksam machen. Oft versuchen Eltern ihre eigenen Träume und Wünsche an und in ihren... Ich habe heute Sprachschwierigkeiten, ich bitte um Entschuldigung. Also, noch einmal, oft versuchen Eltern ihre eigenen Träume und Wünsche an und in ihren Kindern zu verwirklichen. Ich muss mal gerade gucken, hier ist das Nächste. Also, einmal hier ist die Künstlerin Anamie aus Heidelberg. Sie können hier den eigenen Text lesen, ich kann ihn aber auch einmal vorlesen. Und zwar geht es hier um das Baby überlebte im Toiletten.